Hey Leute, mein Name ist Gregory Kulmengern. Ich weiß, es ist etwas schwer zu merken, aber alle nennen mich Lego. Ist mein Spitzname und viel einfach zu merken. Momentan bin ich 22 und meine Brüssel sind das Philippine. Ich bin ausgelernter Berufs-Rotograf und bin gerade von einem sechsmonatigen Work-Trip bei der Cruises, wo ich als Fotograf gearbeitet habe, wieder zurück in Wien. Ja, ich liebe meinen Beruf und einer meiner Träume ist es, glaube ich, wie jeder andere, die Welt zu erkunden. Und das in Verbindung mit dem, was ich liebe, zu tun, ist einfach unvorstellbar. Mein Motto zurzeit ist, gerade so wenig wie möglich in meinem Leben zu bereuen. Alleine die Chance zu haben, wieder die Erde in verschiedenen Blickwinkeln zu sehen, ist einfach viel zu schade, es nicht versucht zu haben. In letzter Zeit drehe ich Videos wie dieses hier extrem gerne. Ja, ich denke mal, das war es mal von mir. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich wollte es kurz und knackig halten und würde echt gerne bei euch im Tinder-Ball sein. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns. Ciao!